Ah, das muss noch was sein. Auf weh mal? Ich nehme auf die Schwarz. Nein. Schiek. Kann man da gehen? Unimar. Dass der noch Stimme hat? Dass Linke überhaupt noch reden kann? Ja, okay. Mehr oder weniger. Boah, das ist ja schon mal ein geiler Anfang. Also wieder auch mal froh. Das klärt mir, dass wir hier schneller in Labor. Eindeutig. Bestand. Genau damit. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ach ja, können wir hier nur. Nein, das geht gar nicht. Hier trifft ja gar nichts mehr. Hahaha. Das Knie in die Narbe. Nicht dein Ernst. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ich habe meine verloren. Deswegen dir. Abnormal ist das. Hahaha. Jedes. Verdammter. Mann. Boah. Nein. Nein. Wir sind jetzt los, ja? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber du bist zu. Ja, das ist ja, ja. offen es ist ja jetzt geht er an ein das war so das war los mit und reinkommen schlagen das ist doch alles ich glaube nicht mitgenommen eigentlich sollte das Knie kommen jetzt ist es nicht sie ist so cool auf einmal sie ist geil die hat die Rutschen so oft Prozent Prozent der Gemeinschaft die hier wie es ja die Anfänger wir sind alle Kacke ohne Wollinger und die Mannheit geht eigentlich auch noch so lange der Freude nur der zum Kotzen und nein nicht schon wieder Revanche habe ich doch verloren aber warum bist du denn eine Revanche trotzdem die ganzen Beläe wehten ja Oh auch schmerz auch im Klinik doch die Krieg zu werden Wir spielen Schmetterball! Auch da bin ich! Geil! Oh! Alter, was hat der für Probleme? Wie groß ist die Welt, ey? Schon wieder! Eine sieht cooler aus! Mein Ball würde dich noch töten! Warum drücke ich denn B? Ich bleibe auch echt stehen, ey! Oh, mein Kamian, wir haben ja aus dem Arsch! Das kam ja aus der Ultra von Ihnen! Stimmt! Aaaaaah! Das doch noch doch, lass einfach rein! Ihr würd dich nicht beißen! Nein, nein! Das kommt zumindest zu mir! Hm? Bebuch! Beim Spiel muss ich nicht vorbeizuführen! So im Spiel! Sie würde dich nicht beißen! Trotzdem, ich werde das abgelenkt! Oh! Sie leckt mich nur! Oh nein! Ha! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nicht da in Ernst! Sie ist tot! Ich bin so ein Arsch! Mit einem Loch! Ja! Mach! Ja, ich mach's nicht! Ha! 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 stunden noch mal den tonnäuser um sieben das beste das macht dann da ja hallo victor so nicht beißen das diesmal nein das ist die erste Jahrhunderte hier Mio aus Kiosk Fertiglich zu besagen die Haus 3 die Führung wartet mal heute wartet Was? Guck mal, was in der Wette los ist. Hä? Hier passiert nichts. Das ist ja gar nichts, das ist ja leid. Da hast du hier einen... Nein! Pass auf, der Graver! Ich glaube, ich will gegen dir mal angehen laufen. So. Sollen wir mal hoffen. Ja, muss ja irgendwo eine Klingel hören, das läuft ja nicht mehr. Auf der Welt! Wenn wir leiser sind... Was nicht passiert? Also, vom Ton her... Fernseher? Die kommt nicht hin. Ich glaube mir. Glaub mir, ey, der Apfelinger! Für mich mal. Ich auf ihr Platz. Die Buna. Die Buna. Die kommt nicht hin. Die kommt nicht hin. Die kommt nicht hin. Oh nein, nicht hin. Jetzt. Welcher Piete ist besser? Der Grün muss eigentlich in der Grün-Kurs. Gibt Blau mal eine Chance. uns da ist das neue grünen sich wieder an st das ist die Stuhl kommt nicht rein kämpfe einfach konzentriert ich treffe jenen noch ein Stage-Room mein Feier hat er geblieben 3 3 jetzt nicht dabei greifen ja es hat versucht aber es ging doch nicht ah, mein erster, der da neben ging und der erste, der immer daneben geht naja oh ja, ey naja schreibt da steht er wieder auf das ist ja wie alt gegen alt die war noch ganz nach rechts und ich schieße hast du grad den Schaden gesehen? wie hat das davor? nicht mal 100 normal ok ok 7 oder 2 nochmal, warte Alter, was macht das denn für Schaden? was ist das denn? alter alter herrlich das war echt herrlich dün 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 ttd ttd geil nochmal Nice, 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 shot! Hey, shot! Nice, try it! Ah, speisern! Hä? Hä? Grafikpark! Ich hab' noch nicht gesehen hier! Das sind die Kritik, naja, noch ein blau weiter, das war ja das! Hoch, schon der! Das ist wie bei Rannis, ey, der aktiviert ist, ne? Wir rennen immer wieder gegen! Und dadurch verliere ich immer! Der kam ja noch! Hä? Der Kopf! Da war noch was! Mann, warum konntest du nicht Yoshi kriegen? Das ist wie du jetzt hier hast! Der Kopf ist wieder hoch, echt immer wieder gegen! Ha! 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 Hu! Der Kopf ist echt immer wieder hier! die Kinder zu der Behinderung der Charakteregen zu beobachten für die Dinger die gilt an die Ursprung nicht mehr so wenig Prozent das akzeptiert er aber nicht schnitzel das ist das nicht also stimmte Samy Dekum es ist ein Teil und so geile Kämpfe da ist das alles er ist ein stück um die Ecke legen St vor hallo aufhören die mussten ja nur weh Ja, einfach nur Wettbewerb. Oh, oh, du kennst dich besser aus, als ich mich nicht. Oh, 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 oh. Ich habe ja nicht mehr gewusst, dass ich noch ein Leben habe. Take your down.